Ab, bitte treten, wieder zurück in Haarhoch, damit der LKW hier passieren kann und alle Fußball-Büsten in Dortmund entlang der Strecke den deutschen Meister genießen können. Am heutigen Abend, bei diesem herrlichen Wetter, in der Meisterstadt hier in Dortmund. Hey, da ist Sebastian, da ist er, lass ihn ab, sonst ist das hier drin. Da ist er, 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 da ist er. So, meine Damen und Herren, bitte zurückbleiben, Leiters, die Biete ihrer eigenen Sicherheit. Der LKW mit dem deutschen Meister ist direkt hinter uns, rollt in Kürze hier ein. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend hier in Dortmund, hier in der Meisterstadt. Ich verfolgen Sie hier den Anweisungen der eingesetzten Sicherheitsgrenze, die sich auch für Ihre eigene Sicherheit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend, hier in der Meisterstadt, hier in der Meisterstadt.